So, quick save. Und dann greifen wir jetzt Stepford an. Ah, los, Stepford. So, da kommt die Armee. Ach, diese... Meine Truppen stellen sich da besser an, als erwartet. Ich bin froh, dass ich deine Armee ausfüllen. Also meine Hilfstruppen. Ich bin froh, dass ich die Armee ausfüllen. Es ist wichtig nicht zu machen. Ich kann nicht weitergehen ohne uns. Ich bin froh, dass ich Ihre Armee ausfüllen. Ich bin froh, dass Ihr Armee ausfüllen. Ich bin froh, dass Ihr Armee ausfüllen. Ich bin froh, dass ich die Armee ausfüllen. Wir haben diese Armee ausfüllen. Es gibt alle Armee ausfüllen. Kannst du es lesen? Ich schaue mich mal. Es sieht aus wie eine Schmerz. Es scheint, dass wir auf diesem Ort auf der Schmerz auf der Schmerz stehen. Es sind die Schmerzen, auf der Schmerz. Die Schmerz ist nahe nahe. Okay, also wir dürfen Doomfort zerstören und hier unten alles machen. Äh, erstmal dich auflösen. Können wir dich einfach oben bei Agral neu beschwören? Ja, sehr schön. Und du solltest auch rechtzeitig da hinkommen können. Okay. Oh, du bist voll. Hm. We are the true masters. The master Enchantress is here. It's important not to make a sound. Oh, ihr seid auch voll? Also ihr habt was dabei. Geben wir euch mal ein Schirrisch. Okay. Du kommst auf jeden Fall noch rechtzeitig an. Okay. So, okay. Eine Karawane, die ignorieren wir mal einfach. Er speichert. Und ja, ich würde mal sagen... Ich gehe jetzt erstmal in die Orkstadt zurück und plähe unser Inventar. Weil zur Orkstadt ist es einfacher. Können wir uns auch vielleicht ein bisschen besser ausrüsten? Ich habe hier noch einen Chaos Ring für dich. So. Okay, jetzt haben wir das Gift schon abgegeben. Einfach weil er dachte, das wäre das richtige Gift. Naja, sind wir ehrlich, so Sachen wie Gegengift und Stahlpanzer können wir verkaufen. Holzschild. Verschwimmen. Schriftrolle. Also ihr erzeugt, was wir verkaufen können, erstmal zu dem Ogre. Heidränke zu dir, weil die wollen wir nicht verkaufen. Das ist praktisch immer wieder, welche zu haben. Äh, ja. So. Wir haben viel zu viel Holz. Steine und Nahrung. Können wir alles verkaufen. Ach, scheiße. Und sind kurz vorm Level ab. Das ist auch sehr schön. Also jetzt haben wir wirklich nur noch das Gebiet hier unten, die Stadt. Und dann keine Ahnung, was mit dem... Wir gehen nochmal zu dem Magierturm und gucken mal, was passiert. Also wahrscheinlich werde ich eh demnächst einen Cut machen. Ich bin nämlich einfach nur froh, dass wir jetzt weitergekommen sind, nachdem was in der letzten Aufnahmesession passiert ist. Ich bin nämlich einfach nur froh, dass wir jetzt weitergekommen sind. Ich bin nämlich einfach nur froh, dass wir jetzt weitergekommen sind. So, hallo Orkstadt. Ihr habt nichts Neues. Ihr habt auch gerade nichts Neues. Ihr auch nicht. Und ihr auch nicht. Und ihr braucht zur Abwechslung mal Stiefel. Okay. Also, großes Verkaufen. Verschwimmen kann weg. Also das kann eigentlich alles weg. So. Hm, einer zu schwirrt. Du kannst keine solche Waffe tragen. Nein. Ja komm, verkaufen wir das. Kaufen das dazu. Schwert. Äh, so. Jetzt können wir das kaufen. Und... Und... Good choice. So. Schild verkaufen. Die Tampanzer hier. Nahrung kann weg. Steine und das ganze Holz können weg. Das Holz hier kann auch weg. Good choice. You think that's good choice? So. Hm. Wissensschriftrolle? Ja, damit. So. Good choice. And... Me. Agrar braucht zum Wachsen unsere Hilfe. Was braucht ihr denn? Ja, von mir aus. Wenn wir 50 Steine zusammenkretzen sollten, können wir sie verkaufen. An euch nochmal. So. Aber wir haben... Eben wie gesagt noch das hier unten. Und dann war's das. Stepford ist eine Ruine. Also ja, wir haben... Hier den Lichtturm. Da eine Gruft. Also eine Begräbnisstätte. Da ist der Schatz. Versteckt. Da ist ein Dorffriedhof. Und da hinten ist was auch immer für eine Höhle. Und dann haben wir noch natürlich... Äh... Doomfohr hier oben. Und das war's dann. You think that's bad? Uh-huh. What? Oh, yeah. Das war's dann. Hm. You think that's bad? So. Wir latschen noch zur Stadt hier hin. Auf jeden Fall. Und ich glaube, dann wäre es Zeit für einen Cut. Oder ich gehe wirklich noch schnell gucken, was es mit dem Magierturm auf sich hat. Wenn die Zeit noch erlaubt. Oder ich gehe mit dem Magierturm. Wo ist der abgeblieben? Du willst mir nicht sagen, du bist immer noch hier drüben. Ach, Mann. Warum hängst du fest? Hm. Ist mir jetzt egal, wie sich das stammt hat. Ach, da hat er sich bewegen können. Gut. Bäh. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Ne, 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 ne. Hier geht's zurück zum Elf. Die schicken wir alleine. Zu dem Armee lagern. Und hoffen das Beste. Nochmal kurz Elfenlager und Orklager angucken. Da ist nichts. Gut. Okay. Das heißt, ich gehe hier mit zu meinen Truppen. Speicher das Spiel. Das ist jetzt... Äh, ich hab'n gern safe gemacht gehabt. 018. Also ist das jetzt hier... Let's... Play... 019. Speichern. Und da gibt's jetzt einen Cut. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Halter.